Wie gehst du mit Konkurrenz? Ja, ich sehe nicht wirklich, dass wir Konkurrenz haben, weil ich verkaufe die Marke Leandro Lopez und es gibt ja keinen anderen, der die verkauft, vor allem mit unserem neuen Projekt. Das macht ja keinen anderer, so wie wir das machen mit unseren Mining-Schuh, den wir jetzt entwickelt haben. Von daher, ich sehe da keine Konkurrenz.